Hallo, mein Name ist Sandro Mohr, ich bin der CEO von Ascentive Global. Im Januar 2020 werden wir unsere International Conference von Ascentive haben in Dubai. Und uns würde es natürlich riesig freuen, wenn wir Kontakte aufbereiten könnten, aber vielleicht auch, wenn ihr noch ein spannender Gespräch mit dem Swiss Council auf Dubai führen könnt. Wir sind an einer 3-Tages-Convention im Rove Hotel und am 25. Januar haben wir einen Open Day mit Leuten von Ascentive weltweit. Wir werden Leute hier von der Schweiz, natürlich Deutschland, Österreich, Italien, UK, USA, Indien, Dubai selber und Japan kommt mit einem grossen Team. Also eine sehr spannende Geschichte. Unser Thema ist Entrepreneurial Development. Ascentive ist eine weltweite Organisation zur Förderung und Weiterentwicklung von Unternehmern und dieser Unternehmungen. Das Thema wird rund um Engaged, Connect and Grow sein. Sehr spannende Austausch rund um das Thema der Personal and Business Development Topics und es wäre cool, wenn wir mit der Swiss Council etwas zusammen machen könnten und viele von euch könnten treffen, um die internationale Connection zu fördern. Ich freue mich auf einen tollen Event am 25. Januar Ascentive in Dubai. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.